Unweit der Roseninsel, mitten im Kurviertel von Bad Kreuznach, ist diese große 3-4 Zimmer Wohnung zu vermieten. 110 gut geschnittene Quadratmeter warten im ersten Stock einer Villa direkt gegenüber dem Moranienpark auf den oder die neuen Bewohner. Die Wohnung hat frisch renovierten Parkett- und Dielenboden in allen Zimmern. Der Eingangsbereich wurde neu mit Schiffsparkett ausgelegt. Passend zu dem Stil des Hauses sorgen große, wärmegedämmte Fensterflächen mit Sprossen für eine optimale Belichtung mit viel Sonnenschein. Ein Kachelofen mit zentraler Gasversorgung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Und in der Wohnküche mit über 20 qm Wohnfläche werden Sie angenehme Stunden mit Freunden verbringen können. Und wenn Sie dann noch auf ein Bierchen oder auf einen Kinobesuch in die Stadt wollen, die Fußgängerzone und die Neustadt sind nur ein Fußweg von 10 Minuten entfernt. Bei der Größe der anderen Zimmer von fast 20 bzw. 30 qm Wohnfläche können Sie Ihre Fantasie spielen lassen und sie nach Ihren Wünschen einrichten. Das moderne Badezimmer bietet auf kompakter Fläche alle Annehmlichkeiten und ist dabei sogar von zwei Seiten zu begehen. Die Wohnung ist ab sofort für eine Kaltmiete von 770 Euro monatlich zu vermieten. Bei Interesse rufen Sie uns an! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hiddenheit анBild Bis zum nächsten Mal.